Ah lol, ich habe die falsche Fähigkeit ausgetauscht, sehe ich gerade. Tronolol. Ich habe die falsche Fähigkeit ausgetauscht, sehe ich gerade. Ich habe die falsche Fähigkeit ausgetauscht, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich den Stream verbessern kann. Und zwar, ich werde ganz einfach mal den Sound optimieren. Da ziehe ich einmal kurz raus. Ja, das ist doch schon mal besser. Ich habe die falsche Fähigkeit ausgetauscht. Ich habe die falsche Fähigkeit ausgetauscht. Ja, das ist doch schon mal besser. Und zwar, ich habe die falsche Fähigkeit ausgetauscht. Hoffentlich ist der Helm gut, hoffentlich ist er gut. Schade, das ist nicht gut. Ja, aber Sascha, hier ist es auch so, hier droppen die Items unglaublich oft. Also man wird zugebombt mit Items und dann kann man sich auch noch selber craften, weißt? Das ist ja ein tolles System. Also WoW stinkt in Sachen Items sowas von ab gegen dieses Spiel. Und anders als WoW kannst du das ja auch einfach mal einen Monat ruhen lassen und es passiert nichts. Dir entsteht kein Schaden, weißt du? Ja. Das ist halt der Mist bei WoW. Oh lol, die Fähigkeit ist mir noch nicht umgestellt. Jetzt aber gleich. Und das Farben macht in diesem Spiel auch viel mehr Spaß, Sascha, als in, du weißt schon. Ja, ich weiß, ich kann mir das gut vorstellen. Also, die haben nur zwei, habe ich ja gespielt. Weil hier ist es nämlich so, hier droppen alle Sachen für dich alleine, wenn du in der Fähregruppe bist. Alles, was da liegt, ist deins und das kannst du mit anderen noch teilen. Das ist halt cool, weil in WoW, da schlägst du dich ja die Köpfe an und schreibst dir da hast herraten, weil da einer vor dir das Erzvorkommen nimmt, weißt? Das kann hier nicht passieren. Ich war aber zuerst da, oder der Mob hat mich angehltet. Du bist ein Scheißloch, oh, WoW, Alter. Mit den ganzen Kiddies, die sich denn immer beschwert haben, wenn man da Erzvorkommen vor ihrer Nase weggebombt hat. Vor allen Dingen Zwölfjährige um ein Uhr nachts. Ja. Du hast mir das Erzvorkommen, musst du nicht gleich zur Schule gehen. Ja. Das ist Ernst. sj brains. Ja. 해야. Ja. Musik Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Bist du gerade in der öffentlichen Gruppe? Nee, du, ich spiele mit Real-Life-Kollegen. Ich ziehe die ja hoch. Meint sich ja zu dir, dass ich denen helfen werde. Ja, klar. Ich hab die auch gefragt wegen Clan und so, aber die meinten, also ganz krass aktiv wollen die jetzt nicht spielen. Ja, also ganz krass, ganz krass aktiv spielen wir auch nicht. Wir sind nicht jeden Tag online. Manche kommen bloß einmal in der Woche online. Und? Wir sind hier kein Hardcore-Progress-Clan. Ja, ich hab schon versucht, die zu überreden. Die wollten halt irgendwie nicht so. Nee, ist alles gut. Äh, mal ne Frage. Ihr seid doch drei in der Gruppe, ne? Wir sind drei, also insgesamt drei, ja. Insgesamt drei. Naja, ich hab hier noch einen, der ist jetzt aber offline gegangen. Ich schreib dir mal eben kurz. Also, ich könnte zu euch in die Gruppe gehen und dann machen wir richtig hohe Rifts. Das pusht richtig abgefuckt hoch, ja? Ja, können wir gerne machen. Dann hab ich nichts gegen. Okay, warte kurz. Ich muss, äh, ihm bloß einmal schreiben. Und du kannst deinen Freunden die TS-Daten geben, dann sind die auch im TS, genau. Ja, die haben kein Team-Speak. Oh. Was? Discord? Mhm. Das ist so ähnlich. Okay. Äh, mal kurz überlegen, mal kurz überlegen. Ja, sonst kannst du jetzt, der Missionar sein, schon mal schreiben, dass ich gleich ins Spiel komme, dass wir dann höhere Rifts laufen, dass einer den Oculus und eine Nemesis tragen müsste und wir dann halt höher gehen, weil das uns allen dann am meisten bringt, ne? Und dass wir uns in Tristram sammeln, weil ich da denn die Items neben die blaue Hütte lege und das, was für das Bild wichtig ist, äh, du kennst die Geschichte, ne? Ich frag, ich frag dir gerade überhaupt erst, ob jemand einen Oculus-Ring hat. Weil das sieht, äh, nicht danach aus. Sonst musst du den dann tragen, leider. Naja. Weil, wenn du den Oculus-Ring trägst, dann mach ich 8,7 Millionen Blitz-Damage in der Anzeige. Und, äh, 9 Trillionen Hits oder so regelmäßig, genau. Das pusht mich richtig. Ja, ich hab ja gestern noch das 91er geschafft, weißt? Okay. Was heißt? Ja, krass, Alter. Z. Danke. Ich muss mal gucken, man verliert ja jeden Tag ein paar Ränge, ne? Weil die Leute ja aufrücken. Ach, das ist so fehl an dem Spiel. Warte, einen Augenblick. Dass man nicht in Ruhe die Liste angucken kann, ja? Wenn einer einen Creep anhaut, wird die Liste geschlossen. Was für ein Fail. Ja, 4-3-4 europaweit, genau. Früher werde ich vom Rang auch nicht mehr kommen, denke ich. Dafür spiele ich zu wenig. Ähm... So doof, wenn ich das gewusst hätte. Gerade hatte ich nämlich einen Oculus mit den Jungs zusammen gedroppt, dann hätte ich den eingegeben. Ja, 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 das ist... Ne, die wollen halt, also die wollen halt kein Support oder sowas spielen. Äh, schreib denen mal, dass es kacke dumm ist, weil, äh, wenn die, wenn du einen Support-Ring tragen, dann können die in 85er gezogen werden und 100 Paragon pro Rift kriegen. Wie blöd muss man sein? Ja, aber das, äh, in der Absicht haben sie es ja, also, davon sind sie ja jetzt nicht ausgegangen, weißt du? Alles klar, okay. Ne, aber das ist... Ich hab die ja auch ein bisschen gestern, also gestern hab ich denen ja auch schon ein bisschen gezogen und geholfen und dann haben die auch alleine weitergemacht, so. Ja, aber du... Wahrscheinlich hat sich dann selbst so gedacht, so, ja, ich will das bilden, also brauch ich das und das nicht, weißt du? Ja, aber mal was, ganz was anderes, äh, die müssen Oculus haben für einen Begleiter für Solo-Riften. Ja, das stimmt, das stimmt. Schreib denen das mal, dass die damit im Solo-Rift den Schaden verdoppeln, weil die meisten Leute wissen es leider nicht. Was extrem traurig ist, weil es macht denen unnötig das Leben schwer im Spiel. Ja, das stimmt schon. Ich pausier einmal kurz den Stream, um den Part hier rauszuschneiden, wo ich gewisse Sachen erwähnt hab.